Ja, einen schönen guten Tag. Hier erstmal der Nässe im Moment. Ich wollte doch die eine... Okay. Okay, Leute. Moment, nochmal zurück. Ich hoffe, ich muss ihn lauter machen. Okay. So ist das besser. Okay, Leute. Okay, dann fahren wir mal die Fracht bis da ab. Vier Stunden. Überlegung, schlafen. Ne, fahr durch. Oh, das ist durchhalten. Kleber. Uuuuh. Aber Gott sei Dank habt ihr abgespeichert und ist die letzte Aufnahme auch von hier abgestürzt. Oh. Genau. Gut. Und... joa. Aber wenn er gleich schlafen will, aber ich fahr jetzt durch. Nee, deswegen, Gott sei Dank, habe ich nochmal Glück gehabt, die Aufnahme nochmal machen kann. Die letzte Aufnahme ist nicht geglückt. Ja, ich brauche auch nicht mehr zeigen. Scheiße. Ich weiß nicht, dass was da passiert ist. Keine Ahnung. Aber... Aber... Ich habe Gott sei Dank die abgespeichert. Und das mache ich jetzt jedes Mal. Ja, und... Ach, ein Glück gehabt, Leute. Ich habe wirklich Glück gehabt. Joa, und... Heute muss ich wieder... Hab bei guter Arbeit. Ja, ja. Jetzt bin ich weiß. So viel LKW jetzt unterwegs. Ich fahr nur unter 80 weiter. Ich fahr nur unter 80 weiter. Das ist ja was hier Wann ist denn heute hier los? So viele LKs, ich hab auch nicht gesehen Scheiße, jetzt war blöde Es ist egal Was ist das jetzt? Es ist egal Wird Okay, abverdacht ich schafft Jut. 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 mit dem verkehrten Clean-Up-Sonnek-Team. Und der wird unbedingt schlagen. Ich muss jetzt warten, Klima. Du musst jetzt warten. Jo! Oh! Hey, nein, wie das passiert. Tenden Sie jetzt einen Platz. Ja, wenn du da bist, denn... ...denn kannst du nicht schlafen. Stimmt's, Leute? Ich hab nicht recht. Genau. Da wird auch wieder... Ich hab schon mal wundervoll, ob ich jetzt mehr Busse fahren tue. Ich hab jetzt eine App reingemacht, wo mehr Busse hier jetzt sind. Jo! Ich hab bestimmt auch eine App rein, wo eine andere Ecke zu fahren tue. Genau. Wie ihr seht. Und noch mehr Autos. Ja. 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 Ja, der lenkt nicht mehr richtig. Er ist müde. Das merkt man. Der geht nicht mehr nicht mehr richtig. Das merkt man auch richtig. Du musst noch zwicht und aushalten, Kleiner. Sonst schaffen wir die Tour nicht. Jetzt weiß ich aber warum, was da los war. Ich habe die niedrigste genommen und deswegen hat es nicht geklappt. Genau, ich bin auch gleich da. Ja, wir müssen noch ein bisschen aushalten, Kleiner. Ja, ich bin auch gleich da. Ja, ich bin auch gleich da. Ich muss noch ein bisschen aufpassen, da sind die Straßen ein bisschen eng. Gut geschafft, auf der Autobahn zu kommen. Nein, wenn ich jetzt Pause machen tue, dann weiß ich, was passieren tut. Mein Kollege hat auch ein bisschen Geld verdient. Ich fahre jetzt ein bisschen schneller. Unsere Augen fallen langsam zu. Ich muss noch ein bisschen warten, Kleiner. Bis zum nächsten Mal. Was war das jetzt? Vielleicht Reserve Ich bin weiter Noch 81 km Scheiße Deswegen Gabe ich jetzt keine Pause machen Ich bin jetzt Ja, bin auch gleich da Und dann Wo musst du jetzt noch wieder gehen? Gut, ich muss auch gerade ausfahren Mute 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 Oh ist hier ein verkehr jetzt hier in bremen die war nicht rot das fand ich jetzt richtig fies ich war schon drüber leute, ihr habt das alle gesehen, stimmt's? ja klappt ihr mit die Ampel diesmal oh oh So... 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 Ja, ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft, Leute! Wir gehen gleich raus! Hm... Ja... Was ist denn das denn? Oh... Oh... So... Der Gegner ganz schnell quasi mal! Lass mir die an! Jo... Ist okay! So... Und jetzt ganz schnell Pause machen! Die nächste Pause! So, ganz schnell Pause! Ja, ich weiß! So... Oh! Sieht mich! So... So... Ich fach gerade aus! Kein Tanken! Ja, und dann... So... Erstmal mal Tanken! So... Erstmal mal Tanken! So... Erstmal mal Tanken! You! Lass myitor! You! Ich darf nicht lower sein... Ja, kann ich weiterfahren! Danke erst! So, Motor aus Durfte nicht wahr sein, Einkommen 200 und Kredit in der Höhe von 13.000 und noch gut Gut, aber ich nehme jetzt noch einen Kredit auf Ja, ich muss mir jetzt noch einen Kredit aufnehmen Ja Ach, den letzten Kredit, den liegt auch noch auf Das war's denn Okay Die Taten ganz besonderen Grund, meine ich Eigentlich kann die Kredit wieder zurückgezahlen, aber ich will nicht Nunu, ich steh nicht Ich will jetzt noch einen LKW kaufen Ja 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 Okay, jetzt Ja, das ist gut Okay Ja, das ist gut Ja 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 Die habe ich, okay Ja Und Was ändern Noch was? Nein Gut Dann nehme ich die hier Gut Okay Ich muss erst mal jemanden einstellen, okay. Gut, raus hier. Jetzt muss ich auch mal jemanden einstellen. Oder mit Obje anbelden. Dann damit diese hier einstellen. Gut. Die ist jetzt mal eingestellt. Und jetzt geht es zum... Hier ist Wartet. Der Händler. Den nehme ich nachher, den LKW. Ich nehme den teuren. Den hier. Gut. Ja, ich würde doch den nehmen. Gut. Gut. Kaufen. Neuer LKW. Juhu. So, du kriegst jetzt meinen alten. Juhu. Das ist mein neuer LKW. Wohlwod habe ich jetzt. Das ist mein neuer LKW. Wie sieht der geil aus. Pass. Gut. Okay, dann holen wir da. Wacht da niemand ab. Und so, das war's denn. Okay, Leute. Ich sag jetzt mal, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.